Daten sind überall, und ganz sicher sind sie hier für zu bleiben. Und mit Unternehmen, die immer mehr davor gewesen sind, für informierte Entscheidungen zu treffen, es ist wichtig, dass jeder an einem Geschäft Tools und Fähigkeiten hat, für Daten zu analysieren, zu verstehen und zu verschaffen. Wir wollen nicht einmal darüber sprechen, dass Fähigkeiten. Fähigkeiten, die kritisch sind, für entweder eine Karriere zu fördern, eine Arbeit abzustellen oder um tatsachbasierten Gespräche teilzuhören. Das ist das, was ihr in Datastudio anspülen könnt. Wir helfen dir, Datenanalytische Fähigkeiten und Kompetenzen um eine engagierte und praktische Manier zu entwickeln, durch eine Kombination von Atelien, Reunionen und einem jährlichen Konkurren. Um dir ein Professioneller sieht, den neue Kompetenzen entwickeln, für seine Karriere zu fördern, oder ein Schulmöhr, den Upskilling oder Reskilling will, für seine Beschäftigungsmöglichkeiten zu erhöhen, oder einfach jemanden, der interessiert ist und Datenanalytik. Wir empfehlen uns, mit uns zusammenzulehren und eine Datengemeinschaft zu letztendlich abzubauen. Uns Ziel ist es, zu helfen, Datenkompetenz und digitale Inklusion für Professioneller, aber auch für das größte Publikum zu feiern. Damit wir verbessern, nicht nur Beschäftigungsmöglichkeiten für Professioneller, aber meistens fördern wir auch eine Tatsache-basierte Gesellschaft. Mathemat, schreib dir gerne an bei datastudio.lu. Merci. Dvie chcia tr compte . Und deine embar — In fiat sind Dатели queémss Stelle gab es sehrิgли, Untenенный Kampf. Und mal die drogerlich. Du bist irgendwie einfacher. Vielen Dank.